Mhhhhh Also, kommt bei euch. Wir müssen gewinnen. Ich hab schon 150 cm mehr verloren. Ach su scheuß. Ja, das war wir von solchen Spakurs gespielt haben. Your pick. Achtung am richtigen... Ach ich bin am richtigen. Was ne? Was spiele ich dann jetzt ? wieder offladen oder wie? off würde ich gerne machen ich würde gerne auch eine duo aufmachen dann bristleback gebannt ok clockwork was bristle und patsch? bristleback ist ja gebannt hmm weiß nicht oh warte so ja ja pick my clock genau so so gehts auf gar nicht voll zu fortspielen ja oder soll ich lieber bs picken anstatt draw mh ich würde bs helfen bs wär auch geil ich weiß bloß nicht ob meine cocks reinkommst dann irgendwas mit hilfe hat nein ich lieber draw draw ist schon ganz gut late gain damage ist echt heavy ja das stimmt ja das stimmt aber blade mail ne natürlich also ex blade mail und fast blade mail musst du ein bisschen aufpassen ja sicher wär gut du lass mich picken das stimmt so medusa gut dann gucken wir mal aber ob wir ob wir in den ins kirchen moment und ich könnte mal der klassiker alter bloß abwackeln hm 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 ja also Zupfer 3 5 5 5 6 7 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 das ist jetzt nicht so toll für uns aber der baut nicht so gerne eine blechmehl ja eben also soll ich dann die mitte blocken klingt gut zepter 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 scheiß drauf habe ich noch äh boy, dann komm, über die Elfenstrecke, bitte ja, du schein Mensch stay frosty hmmm 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 ach nee ja, dich verfolgen oh oh ah, jamm hehehehe er ist, äh er ist, äh mindestens vier unten oh, ja, auf rein oh, wir haben uns besser gewollt davon ah, shit ich will die Wohner ah, shit äh, okay, gut boah das war fehl das mach ich denn komm, ich, ich geh ins Bett boah ah, jetzt hab ich vergessen um ihn in den Wall zu geben vielleicht hätte ich auch tippieren sollen was ist das? was ist das, bitte schön? ja, ich bin ein Putsch also, wenn ich sie schickten ja, ich bin ein Putsch wie oft hat ihr das denn? Komm schon! Danke! Achtung, 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 Achtung. Ich rauf's doch mal. Soll ich denn hier dann? Der Port ging gerade raus. Okay, der ist rausgepielt. Ah, shit war das knapp. Das war's, oder? Mach ich. So. Äh, geht's zurück. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Ose noch mit ankrieg. Shit. Sorry. Ich kann ja noch stunnen. Nein, echt noch stunnen. Oh man. Oh, cool. Okay, ich wär aufzuprägen. Ja, da. Ha, 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 ha. Axel, Axel Bodyblock war schon nice. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen scheiß Lars-Hed kriegen. Okay. Ich hab gerade alles aufgebraucht. Okay. Dang it. Okay, ich sollte mal einen Ward hinstellen. Ich bring gerade noch einen Ward in die Mitte. Okay. Ah, fuck. Ähm, yo. Oh, okay. 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 Ich glaub Parch fehlt irgendwie. Oh nein, Parch ist hier oben. Äh. Oh, wir haben die. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Ja, mach. Ja, mach. Oh, gut. Yes. Erstmal meine scheiß Boots. Ja, Rip. Komme. Ja. Ja, wir sind seine Angriffsanimation schneller. Ich lass den Ward nochmal da stehen. sehr schön nein jetzt ist Pacha noch hier ich könnte kotzen ich verstecke mich hier einen Moment und dann ich verstecke mich hier einen Moment und dann hier 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 Das ist ein Problem. Don't make me chase you. Nom, nom. Pause, pause. Okay. Is that not a chase? Ja. MTS schon. Ah, ja. Gamefrozen nehme ich mal an. Oder gleich der ganze PC. Ich gehe mal davon aus, bei mir ist das auch so. Dann friert jetzt das Game ein und dann alles andere. Hi. Was war's? Keine Ahnung. Okay. Okay. Ursa ist relativ low und kommt. Ja. Fuck. Ups. Sorry, wer sich mit reingenommen hat. Alles gut, alles gut. Hat ja alles gut gemacht. Grad so geklappt. Ich hätte jetzt auch meine Ulti, also... So? Ja. Dankeschön. Warte, lass reingehen. Ich kann aber nicht mehr star-hattig genug. Jetzt hatte ich nicht mehr genug Mana für meine Shit-Culti. Ich hab noch alles in Ordnung. Ich hab noch alles in Ordnung. Ja. Frag ja nur. Waps. Ich hab grad keinen Mana mehr. Das ist ein bisschen doof. Darfst du? Ich hab auch nicht mehr genug. Oh, nein. Ich bin da. Ich bin da. Mhm. Mhm. Äh... Ja. Ja. Alles gut. Oh, jetzt bin ich glaub ich tot. Oh, jetzt bin ich glaub ich tot. Oder doch nicht. Keine Ahnung. Gut. Ja. Oh. Shit. Shit. Shit, 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 shit. Na gut, das war Suicide von ihm. Ja. Ich hab ihn gelasert, aber... Ja, ne. Damage hat er immer noch ein bisschen. Aber von daher... Ja, komm zu weg. Wie gesagt, ich brauch ihn mal. Holt ihn euch. Meint er das ernst? Natürlich meint er das ernst. Ja, würde ich irgendwas... Oh, ich glaub der... Warden? Hä? Keine Ahnung. Kunkka kommt auf jeden Fall noch. Ja. Ich glaub das war jetzt ein Witz, oder? Hm. Okay, nein. Perfekt. Ja. Aber gut, komm weg, ne? Oh. What? Ähm. Ich brauch den Corey auch. Truly. Oh, Ursa stand da noch rum. Der hat einfach nix gemacht. Und Scham und sterben lassen. Auch interessant. Äh, da hat's nicht gedacht. Oh, ne. Über nicht. Jo. Ulti wär wieder online. Hm. Oh, guck mal wer da ist. Wo? Äh, wollt ihr gehen? Ähm. Ich hab noch nicht mal meine Koks. Ähm. Mit sind zwei. Da packen wir. Der hat von mir versucht, äh... ...zulegen. Ja, okay. Das kann gefährlich werden. Ist das mit? Au. Au. Oh. Oh. Oh mein Gott. Er ist alleine. Oder doch nicht so ganz. Also ich hab keinen Mana. Ich guck mal ob ich außen rum rein kann und ihm ne Ulti drauf hauen. Oh, der, der müsste tot sein. Ha. Ich weiß ja nicht, was der da so rumsteht, aber jetzt ist er tot. Oh mein. Quickly. Solche Menschen helfen. Versteht ihr nicht so? Ich mein, der... Normalerweise hast du da keine Vision, weil ich hab den Ward da ja stehen. Aber, hm. Normal stehst du dich dann hinter den Tower und nicht noch vor den Tower. Alter, endlich. Heieiei. Heieiei. Hallo. Oh, komm mal. Oh, noch ein toter Shadow Charmin. Der... Der ist auch nur wieder reingekommen, um zu sterben, oder? Ja, eigentlich schon. Wagen wir mal in ganz netter Weise nach. Oh. 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 Oh, da ist ein Patsch. Hm. Ja. Riff. Oh, da ist ein Patsch. Da ist ein Patsch. Na, geht's gut. Oh, da ist ein Patsch. Oh, da ist ein Patsch. Oh. Oh. Oh, das ist eine Patsch. Oh. Oh. Oh, okay, jetzt hab ich verkackt. Oh, oho, oho, oho. Oh, oho. Oh, oho, oho. Oh, oho, oho. Oh, oho. Ich hab mich verkackt. Ach, komm. also mit müsste gleich down sein weiß nicht ich krieg schon wieder so viel schachgeld was ist das denn jetzt hier das macht ja fast schon keinen spaß also lich hat gerade mit tower genommen weiß auch nicht was die für ein problem haben also welchen stück schneller gewesen hätte er keine haste gehabt ich frau ihn dann mal das ist super dunker macht nicht nur failboats, er macht auch failtores ja Leute 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 ja das schade nicht so schnell er macht gar keinen fahrer schade komm sag mir das da schade kein katapult schade nicht schade nicht geh weg ja wieso ist nein schade nicht idiot komm schade hoppla schade nicht 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 also in meinem letzten spiel war einer der hat sich so halb für ein carry gehalten irgend so ein komischer franzose der meinte immer you must be a ward und ich dann immer so i can't be a ward hat aber nicht kapiert ah hätte ich meine ulti gehabt schade nicht zu euch kommen ich komm bitte äh charme wäre tot ich bin auch mitte ich bait ihn mal ach komm ey doch noch mord nein jetzt steht der ihm jetzt dritt oh jetzt steht nicht für die geist oh ein ax ist hinter mir her ich habe meinen dach der hat blink Ich bin nicht schnell genug. Patsch ist da. Patsch ist da. Und der Hook geht voll in die Bäume. Sehr komisch. Oh, mich hat er mit dem Boot erwischt. Oh, der hat einen Shadowblades. Oh, Mist. Guck, er ist auch Level 15. Und Patsch ist Level 14. Ja, dafür ist dann Patsch recht hoch. Keine Ahnung. Das wundert mich auch. Vielleicht hat er immer neben den Lanes rumgegammelt. Wer weiß. Oder macht es einfach so. Leute. Oh, der Wunsch. Oh, der Wunsch. Oh, der Wunsch. Oh, der Wunsch. Der Wunsch. Oh. Ja, ich glaub nicht mal im Mechland, deswegen Wunnen? Das ist mir schade gerade Prennen auf dem Weg Ich bin schneller Oh, ich glaub wo das war, was wir haben In der Mitte ist Ursa Ah Ich hab meinen Oakshot Wollen wir den irgendwie baiten können? Lass mich das als Katapult nehmen Jutes Mana Ach, keine Ahnung, ich vergesse gerade mit dem Potten Du checkst mich von den Potten Ja, drei Leute top, gell? Ja Ich kann so nicht fahren Ich arbeite dran Warte, ich komm, ich komm Ah Wow Ich hab keinen Mana mehr Ah, shit Alles gut Ich hätte den Fountain nehmen sollen, ja Ja Ah Was soll's Ich bin Support und stehe 4, 6, 13 Also bitte Jo, wenn der grad so dämlich da rumrennt Klar würde ich den auch lieber in die 5 Leute reinhauen, wenn ich mein Zepter hab, aber im Moment ist das halt noch nicht so Ja Ich guck mal, da sind die tiefe Wards stelle Oh oh Ja Oh, ne Oh, ne Oh, ne Wollte jetzt nicht so weit fliegen Ja, scheiße Keine Chance Keine Chance Keine Chance Der stoppt noch Ja, das ist nicht Ich wollte das schon Weiter pushen Aber okay Isch Komm schon Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm Top ist ein Quatsch ganzer weiter Okay doch ist er wieder Hm Ja wenn der irgendwie mal an ist An? Ja ich bin auch auf dem Weg Hopsa Was macht ihr? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war unglücklich Also hier ist auf jeden Fall einer Ursache rund hier rum Das war unglücklich Also hier ist auf jeden Fall einer Faktiv geworden Ist ja lächerlich Ja Oh Oza ist nur Level 11 Wir wissen gleich warum Charmant 10 Axis 7 18 das ist ein bisschen doof Ja Ja Interessant aber Hm Ich glaub der geht davon aus dass ich ähm den Cloud-Zepter aufbaue und so weiter Ah ne Ah shit Ah Shit Das war klau Hättet ihr welches mit dein ULT gekriegt? Äh Doch Yes Weg mal Unten sind zwei Die ULT wäre schon durchgegangen Ähm Ja sorry Sorry Ich kann unten nix machen Ja Wieder reinfeeden Warte ich muss kurz behalten Dann komm ich zu dir Nein Ich kann kurz Ja Ist schon wieder frei Oh oh Vorsicht Hm Shit man Ja Ja Ah 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 Es gibt nicht Ich wär meine ULTI Nummer gesprungen Ey Ich komm quasi nicht an Alter Geht gar nix Sorry Denai Wär der dabei geblieben Verdammt Wärst du neben dem stehen geblieben wäre er wahrscheinlich nicht weggekommen Oh sorry Ich hab gedacht der zerreißt mich Nicht wenn du den die ganze Zeit unterbricht wenn du zuhauen willst Okay Bei dich kommt Beide Sauber Ich kenne mit mir Auch Der Nächste Wenn du die Parch kommt Ja, Vorsicht Bot Die Bot ist angekommen Ja cę Schwer da schnell hin Ich würde jetzt gerne die Warden, aber es ist halt nix. Ich habe es bemerkt. So ein Mist mit der Shit-Blade-Man. Oh, nix. Oh, dang it. Alter. Wäre der Ursa nicht zu viel gestorben, dann hätte ich nach Homeshopfen angegeben. Dann hätte ich nach Homeshopfen angegeben. Aber der ist wirklich ungefallen. Genau in dem Moment ist mit Homeshopfen dann über die Leiche drüber. Das ist schon scheiße. Oh, jetzt habe ich auf den Tower. Shit. Das ist halt kurz, dass wir noch nicht verloren haben. Adrift. Nein. Nein. Sag mal. Wie können die Brissen sich denn da hin? Ach, das weiß ich. Blinken? Mehr Mie, aber... Mh. Der hat nichts, der hat bloß nicht mehr in mir. Und da ist er denn. Der ist eine Cold-Found-Coming. Immortality! Hm. Ich glaube bisher wir verlieren, Meille. Du verlierst eben nicht! Wir machen aber nicht! Ja, klar! Wer Bullshit? Ja, wer Bullshit? Natürlich wird das Bullshit. Da kann ich dir nicht helfen, wenn du reinfährst. Ich habe Angst, verdammte Angst. Ich habe mich strahlen, das ist ein 4. Ich hätte doch rauf gehen müssen. Fuck, man. What the hell? Dieser scheiß Hook. Warum musst du dir ausgerechnet neben mich blinken? Ich hätte auch mal vor mich blinken können, dass der gehockt wird. Ein Noble Mass wäre so einfach gewesen. Oh, der Helm ist das. Oh, das war so einfach. Das ist die Welt. Oh. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Nein, wir sind alle elfmal geglaubt und jetzt bloß dreimal, er macht's richtig. Er hat auch das magische Schild. Bisschen Zeit, kriegen wir auch wieder Vision, aber wo ist er, kommt wohl wahrscheinlich in die Mitte? Wir brauchen erstmal hier oben, ja, ja. Ah. Was? Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Konka! Shit. Mein Gott, hat er auch schon ein Zepter, der Mistkerl. 1 und 3 und 2. Ne, irgendwie nicht. Na, schon ein Dolph. Der 17,6 hat. Eben, das hat, und vor allem Medusa hat ihn bekommen. Also, kann ich nicht sagen. Aber, das war okay. Ich würde sagen, es ist okay. Wenn Medusa uns jetzt das Spiel rettet, wäre das ganz gut. Ist die Blade Game, hallo? Ja, die können jetzt nicht viel machen. Ich meine, ihr zwei seid in 20 Sekunden wieder da. In 20 Sekunden schaffen sie weder Tower noch Rex noch sonst was. Ja, Push kriegen sie nicht rein, aber... Trotzdem müssen wir mal die drei Tourmitte pushen. Ja, wir müssen irgendwo mal reinkommen. Ja, wir müssen irgendwo mal reinkommen. Ja, wir müssen irgendwo mal reinkommen. Ja, wir müssen noch mehr Putsch. Ja, ich muss noch mehr Putsch. Ja, ich muss noch mehr Putsch nehmen. Ja, wir müssen noch mehr Putsch nehmen. Aber was Putsch ist, er hat sich den Alltag dafür. Ernsthaft. Kennen wir es wohl? Oh, Ursa ist auf top! Der kommt, äh, der kommt hier in... Kannst du den bitte vorher spoten? Der ist hier lang gelaufen. Wahrscheinlich ist er schon... Da ist er, uah! Komm her! Lock ihn, lock ihn! Oh, Mann! Ja, ja, ja! Oh, ein Kunker! Was? Oh, shit! Komm schon, Mann! Ah, ist ein Mist! Alles ok! Pass auf Kunker auf, der ist da noch all vor! Äh, schon geht's schon, ja! Also, ich habe... Eif, es kommt gleich wieder und Punch! Illusion, nimm mal! Hier ist! Nimm die! Ich geh zurück, ich hab kein Problem! Oh! Da ist Hurricane Pike, ja! Hallo, kann ich mal die echte? Ah, ist auf dem Weg, ja! Ja! Ich weiß nicht, ob ich mir das Zepter überhaupt... Naja, okay, weiß! Haben wir schon BKBs? Irgendwo? Ne, wem? Ne! Ich geh ja sowieso direkt in die Luft! Würzel, Mann! Ja! Mann! Ich komm, ich komm! Ich komm! Warte! Ich komm! Alter! Das ist wirklich... Ja, dann mach die Santele jetzt doch! Dann bleib doch einfach mal ein Stückchen zurück und geh nicht alleine irgendwo raus. Ja, aber dann lohnt sich Digga gar nicht, aber dann kann ich vielleicht was brauchen! Ja! Wenn du rein TP's und direkt weg blinkst, müsste das so eigentlich funktionieren. Nein! Das wird nicht! Weil, wenn ich heizte startet es muss. Stimmt, der sieht das ja vorher. Dann darfst du nicht auf Lanes gehen, die gerade fighten, sondern die auf sich gerade bewegen. Wow. Wow, was ein Bait. Ah, shit. Ich kann nicht da hin. Sind alle da. Ich kill die mal. Das wär nett. Sie sterben. Ja, ich konnte aber nicht mehr. Und Kunker. Weck mich doch. Nein. Und ich bin nicht. Ja, das ist die Zeit. Wirk gehabt. Das Push-Button. Mach die eine Seite. Wirst du alle. Oh ja. Scherisch haben wir ihn ja ganz gut. Ja, da kommen wir ja nicht mehr hin. Ja, da genau. Wirk die Blade Mail durch dein Schild überhaupt. Ach ja, stimmt ja, war ja was. Einfach ein Hard. Hard weg, all auf der Dosa. Hard hilft. High Ground haben wir schon mal ganz gut. High Ground. In Winter, I return. Okay. Und was da? Haben wir denn Rocheward? Ich könnte einen aufstellen. Ja gut, steht jetzt einer. Ich weiß nicht. Ich kann sicher das nächste sein, was wir probieren. Forward. Wow, wow, wow. Ähm. Nein, das ist mir gut. Was macht noch jemand? Das war gut. Außer Klamm. Nein, das ist mir gut. Scheiße, hat er wieder gemordet, ne? Safe. Ja, das ist safe. Und was ist mit der Drawer? Warum bin ich jetzt heute nicht? Ich bin hier halt nicht allein. Bestimmt nicht. Warte, bestimmt X hinten dran. Ähm. Oh, Bro. Machst du. Ja, ich hab hier uns mal gemacht und exportet vor allem. Und sind erst. Ja. Was ist passiert? Hat er halt Vision? Ja, eben, das ist gewordet, also. Oh Gott, also. Ja, unten dürfen wir nicht reingehen. Erst wenn ich da die Wardet habe, das braucht noch einen Moment. Ach, Mann. Da war ein Hock. Ich geh weg, geh weg. Oh, definitiv. Mhm. Mhm. Ach, da kann ich auch noch gehen. Ah, das war's halt. Ach so, ein Panzer. So. Ah Hier irgendwo wort's drin oder? Vorsicht ex Oh Nein Oh Wow Der Kunker kann nicht weg, denn der Shadow Blade ist weg Oh man Schick, jetzt sind wir alle tot Puschen Puschen Ja Tinker los Tinker werden Hacks ganz gut Eventuell Okay Okay Genau Genau Das hilft nur gegen Waves Das hilft nur gegen Waves Also nur weil du's kannst, ne? Genau Du könntest auch refreshen und zur nächsten Lange springen, ne? Okay 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 Komm Das ist nur Kunker und wir haben noch 5 Sekunden bis Ursa kommt Nur Kunker Einfach weiter Ja Ja Du kannst jetzt einfach refreshen und zur nächsten Tick geben Okay Okay Ich hab mein Scepter Ja Wir sollten vielleicht rushen Also rush ist jetzt glaub ich zu spät Ja Kann ich Ja 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 Ich hab einfach ran Ihr macht das Ich fahr mal in den Chat Ja Ja Jetzt ist es zu spät Ja Hort wird auf jeden Fall schon angegriffen, ne? Das ist ganz gut Was soll ich mir für draw holen? Butterfly, BKB, Agar, Butterfly Butterfly Du hast kein BKB, BKB natürlich Deadman Drifting Da bin ich eh vor Er ist hier Naja, danach kannste hier noch moonshight holen, wenn du Geld übrig hast Ja klar Da ist wir auf my back sproren Ja du scheinbar ist alleine? Auf der lane Das ist safe place Ja, Kunker ist in der Mitte also Ich hab ein Problem, Eggs und Charme in der Mitte. X kommt hoch hier. Ich hab keine Observer. Ich hab 26 Assists. Ich hab 26 Assists. Du auch, hä? Ich hab aber dafür auch noch 8 kills. Ich hab 6 kills als Support, also bitte. Als Support, also mhm. Auch. Auch wenn die richtige Antwort ist. Egal. Ähm. Ich bin... Rockwork ist doch eher Roam als Support. Also ich will jetzt hier nicht Rundenkacker sein, aber... Und ich bin nicht weg. Nein, nein. Ja, das ist gut, aber... Das ist ja schon Support. Und noch Scheiße. Medusa vielleicht? Warte, nimm einfach. Vorsicht, krieg einfach. Dead man drifting. Illusion. Ahhhh. Konkar wieder in der Mitte. Oh, und da hat noch die Hälfte der Zeit. Da läuft einer. Axe ist glaube ich rein zu Roche. Ich geh... Der baited, der baited. Der baited doch. Er ist wieder raus. Er hat nur geguckt, ja. Äh, Charmin müsste alleine sein. Nein. Er hat sich nicht mehr gefragt. Hallo. Geht doch da rein. Und Reibot. Quickly. Ich hoffe einfach mal drauf. Wow. Fuck. Ob die da echt gewordet haben? Oder ob das einfach nur Glück war? Ähm, ich glaube die haben gewordet. Gerade vier Stück. Richtig. Okay, da steht ein Wort. Rau. Ja, ich kann mal nicht. Nein, nein, nein. Der Mann, die äh... Können wir jetzt? Kannst du? Nein. Oh ja. Wieso hast du das nicht abgebrochen? Nee, ich wollte schon kämpfen halt. Aber, ja. Ja, aber gegen Konkar... Ich glaube, ich hätte meinen Hex einfach... Wollte die ganze Zeit... Refreshen, Hex, Refreshen, Hex. Aber, ja. Auffassend, er ist in der Sicht. Ja, aber er war schneller. Ja, ich war langsam. Ja, einfach falsch timing da reingegangen. Ich werde jetzt von außen her rein blinken müssen, um ihn zu kriegen, aber... so lange weißt, dass du kommst. Was ist das denn? Oh, Mann. Oh, komm schon, Mann. Oh, das war doof. Das war jetzt doof. Ich hab's auf die Blakenail gehauen. Ja. Leute, könnte jemand was runter machen? Äh... Hallo? Hopp, hopp. Äh... Der Ober ist jetzt auf dem, der schmeißt BKB an und geht. Könnte er fighten. Er hat 6200 Leben. Ja. Rap. Ja, der ist ein Tauch. Wenn sie käuir sind. Nein, Post. Wir sind gestattbar, ich bin gestattbar. Okay. 600 damage pro sprung die bkb hat er gerade nicht ich weiß nicht was ich machen soll hätte ich reingehen sollen bin ich wenn der ex nicht nebendran steht ja das hoffen wir jetzt einfach mal der ist bei mir oh shit es kann auch nicht sein dass sie so viele wards aufstellen ich stelle ein ward auf und die die worden gerade ohne gem zu haben es kann doch nicht sein dass sie so viel geworden kann ich einer schnappen wenn er noch platz hat ich glaube es hat keiner mehr das ist gerade ein bisschen riski da machen drauf ja und die rex hier zu behalten das ist wichtig dann sind wir am arsch sind wir verloren also alle machen top verteidigen was hast du mit und wurscht ich habe keinen ball weg ich gehe runter nur 400 für den ball weg wenn die alle an einer stelle stehen würden ich meine ulti darauf haue aber halte und globe und und wohn Alter, ich muss... Oh nein! Mist. Er hat einen Tees gefressen. Refresher ist auch raus, aber... Alter! Na dann, Medusa-Zeit! Mal was du drauf hast. Alter! Warum tpst du da... Mann, das wäre safe und clear gewesen. Warum der tp da rein? Sorry. Also haben sie nur dewarded, okay. Oh, egal. Uah, Mann. Ist noch eine Kaya, aber... Außer sie wieder am Runden. Oh komm, komm. Hehehehe. Mit da, mit innen. Ja, moin. Okay, was haben wir schon gehabt? Ich bin nicht bereit. Hm. Also irgendwie... Ich versuch's. Aber ich bekomm's nicht hin. Oh nein! Ich versuch's. Ohhhh, shit. Ohhhh, shit. Wo bin ich denn hier? Ah, das war's. Fuck! Fuck! Kann doch nicht sein. Die haben überall Ward stehen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ich versuch's. Fuck! Ich versuch's. Hm. Ehhhhhhhhh. 8... ...und 20... Oh, Mann. Ich wollte eigentlich Punkte rausholen. Ah, ist ein... Bullshit. So ranked, oder? Ja. Scheiße gelaufen, ne? An sich war unsere Konstellation richtig gut. Bitte? An sich war unsere Konstellation richtig gut. Ja, war gut. Ja. Mit dem Anfang haben wir ja gewonnen. Das war ja kein Problem. Bullshit. 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 Ich komm dann später nochmal. Gut, also dann. Ciao. Ciao.